die support nicht so gut ne ich geb einmal mühe ah ich hab keine ah ich kann sie stunnen hey ihr braucht hilfe ah lol wow morde kaisers kuh geh geh hast du bock? ja ja go 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 eine ah ok ich hab ihn sourced gehealed ah man christen? alles gut ja vwf shot down ah ich bin nicht geflasht ok ich dachte ich bin geflasht bin ich gar nicht gut job ok er kommt runter okay engage mal weg ah hast du vision? ah ah oh lol toll das war dumm sorry kriegen wir den noch? ne ne? ja ja go 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 ich hab stun ja sorry dass ich den einen kill genommen habe das war super dumm das war mumu ne ich hab den bekommen ne der war ja ja dann egal deswegen ich geh mal back ne? ähm am besten noch raus pushen und nicht back gehen uns kann keiner eigentlich was anhaben deswegen immer schön in den wave rein pushen alles klar alles klar kannst du den großen nehmen oder? hm ich hab keinen stack aber ich kann ihn trotzdem nehmen ok ne 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 achso ich dachte sehr gut aber man sieht es ja dass ich keinen stack hatte hatte jetzt können wir auch in ruhe back kapp hat haben tun dann schadet der tower ne ne also dann muss ich sagen der traded richtig gegen mich kapper oder? ja er hat viertel lebt mit vollhaft ah alles klar perfekt sehr schön gut job ah mumu ist da aber egal wir brauchen den nicht wie bitte? du hast nicht mal geultet ne 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 jetzt sofort? ah jetzt scheiß komm ich nicht rein warte hat nen exhaust ok muss ich nicht alles klar ah leona leona einfach best support alter was wir machen was 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 wollen wir in die mitte gehen? hab richtig gefailed und den Fist töten komm komm vane achso ja gut stimmt na gut dann soll ich mal hoch gehen helfen? komm ich geh mal hoch oder? ne der hat mal unter ach komm ich hol einfach ab hab richtig gefailed leute guck dir mein leben an flash ist raus bei mir scheiße hast du gefailed ja? ja richtig gefailed man passiert auch passiert auch den besten mach dir nichts draus passiert auch den besten ja vielleicht die stirbt die stirbt die stirbt oder? halt ich exhauste ihn kriegst du ja na ich setz den da ich ult ihn warte ah nein der war gut stun ihn gut job relikt schild einfach keine ahnung weil warum er hätt früher kommen konnte ja war nice gespielt als er ist ne mein ult hab ich grad gefällt das hast ja gesehen haha mein ult hat ihn nicht mal geslowt man ich wollt es irgendwie predikten aber irgendwie war ich zu doof midlane tower difen ah ne der tower ist ja weg wollen wir den her nehmen ich geh lol der ist nach vorne alles klar eh raus bis dann tschüss ok bait ihn mal ein bisschen so nach dem motto du willst ihn fighten oder so keine ahnung er wird nicht oh oh soll ich rein? ja oh füllt der fisch kommt scheiße 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 boah boah hab ich sick olds man oh locker easy das ult relikt schild lol geh raus vain lol ich war grad rausgetappt oh ich war im goodgame kaffee man ich hab dir ich hab das relikt schild sogar das relikt schild hat sogar noch das hat sogar noch das hat sogar noch den den Sinn gehabt was los? kannst du nehmen die q fliegt so langsam von gp ja lass mir tower tauchen ok komm ran mädel brauchst nicht mehr ult nö nö oder? haste good job so jetzt den tower rausgehen aber baron brauchen wir nicht mal man scheiß mach ich mal wir brauchen ab oh modaka sagt es bock soll ich wieder rein? ult? ja hab ich okay gefällt gewalt soll ich einfach ok komm ja nachs tower machen mach man tower mach tower ok dann warten wir zum mal quali gold braucht jetzt nein gank für gold mach tower okay jetzt würde ich okay wir sind drei leute wollen wir okay ich habe ulti also wenn die alle drei auf der stelle stehen werde ich einfach mal rein holten und glaube ich mache einfach den hier okay ult fliegt zack fisk gestunt leider ich stehe mittendrin ich werde den ult von gp ich bin auf dem weg ja ich weiß ja nicht warum ich als aller erf vorne stehe wir können ja warum gehen wir denn warum sollten wir denn bei der gegnerin habe ich gewusst ja ich hau mal ab deswegen ich hatte den halt ich wollte den anderen habe nur den fiss im endeffekt lol ok ok und mit jasua 11 11 leona gameplay beste also support spiele ich ja echt selten aber leona ist echt ein nice support zumal wenn man das ding ist halt bot lane ne bot lane klappt so viel besser wenn einfach ein premade hast einfach weil die kommunikation stimmt es ist einfach so heftig ich bin drinne allah was hat er getan ich geh raus habt ihr habt ihr ich hab leider kein tp aber ich renne mal zu euch oh Mumu stirbt ne 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 ... für gold ok GG ich bin 90 CF jetzt bin Viosichtbar sondern genau haben wir genau 25 Jahren ne 21 lol die haben aufgegeben habt ihr gesehen Doppelte Explosion Gibt doppelte Einflusspunkte Ja, easy Ja, locker Das war wieder so ein Dreifache sogar Weißt du, das letzte Game War lame Das Game war auch Hä? Heftig lame war das hier Das Ding ist War es auch Loll ist so snowball abhängig Also kann also Sobald ein Team irgendwie Also so ansatzweise erhält ist Hä? Dann ist halt so Ne, nicht ansatzweise Da muss schon Da war jetzt sehr lächerlich Ich meine, wer spielt Mordecaiser ADC jetzt noch Keine Ahnung Ich meine, ich meine Obwohl, ich meine Jetzt schieb doch nicht auf seinen Pick, Mann Sag doch einfach, dass wir gut gespielt haben Wollte ich gerade sagen, Alter Ja, ich hab Ja, dann hör mir halt nicht zu, weißt du Wer spielt denn heutzutage schon Gangplank? Ja, ich hab zwar gerade gesagt Ja, wer pickt denn heutzutage Mordecaiser Und dann auch gegen Dioma Aber Aber erst mal rum Und dann auch gegen Dioma Dann nehme ich wieder alles verrückt Hab die Fresse Also, ich hab schon gesagt, ich bin ja Ich habe schon gesagt, ich bin ja Ich bin ja Untertitelung des ZDF, 2020